urkrack er hat wie gesagt gar nichts gemacht zum beispiel hier gutes beispiel es kann also auch ein spieler seine die ganze zeit nur auf der serverbank gesessen hat auch dieser kann ein kann ein wie heißt es denn ein mvp werden genau und ich werde das ganze jetzt mal eben hier speichern und muss noch mal husten entschuldigung das geht manchmal so schnell da kann ich gar nicht im jugend auf alle fälle ich gucke mal auf den tacho das haben wir jetzt eine halb drei halb vier halb fünf ist treffen alles klar dann können wir das noch machen da geht es schon weiter wir sind diesmal die lowdown rats und spielen gegen sie marauders das ist ein menschenteam gegen die wir jetzt da gerade spielen oder gleich ich war kassemmel und da haben wir auch schon wieder die ganzen diese ganzen wie sagt man deutsche sprache in schlachten bummler ja sicher sehen wir hier alle unsere mannschaft und hier sind die cheerleader wir haben doch gern welche sehe ich gerade ich werde es mal hier beschleunigen so deine karriere als als blattball trainer hat begonnen jetzt musst du die fans zufrieden stellen sonst wird deine laufbahn sehr schnell enden wirf einige goblins herum und labe dich an am grölen der zuschauer so werden wir tun so mir fällt es immer schwer hier in diesem spiel wie gesagt ich habe das jetzt dieses spiel hier schon dreimal gemacht man oder mache es jetzt zum dritten mal und jedes mal fällt es mir schwer diese zwei dinger zu werfen weil ich eigentlich gewinnen will und deswegen ich muss mich jetzt darauf konzentrieren wirklich nur zweimal ein goblin zu werfen und dann haben wir unsere vorgabe für dieses spiel hier schon bestritten ich deswegen stelle ich gleich mal hier die goblins dahin weil das hier diese leute hier diese trolle können mitspieler werfen steht hier und der mitspieler der gewerfen wird muss lebensmüde sein so sieht es nämlich aus und deswegen nehmen wir das jetzt mal hier an ich habe wieder den anstoß dass ich meist den baller hinten hin hoffentlich und hier bei diesen was spiel denn da goblins das sind diese film dinge also wenn ich diese wir für probe hier nicht bestehe ich kann es jetzt nicht vorlesen das wird dass das schaffe ich nicht von 1 vor dem menschen passiert generell nichts also die am 1 und wir kriegen jetzt auf die fresse hier von den fans die stürmen jetzt hier aufs spielfeld und hauen meine spieler um da liegen es hat nur ein zwei von denen erwischt und 1 2 3 4 5 6 von mir die bleiben auch noch zwei runden liegen was uns dieser kranz hier oben bedeutet da gibt es einmal diesen kranz und einmal einen kranz mit nur vier sternchen das heißt vier sterne bedeutet in der nächsten runde aufstehen kann diese meine jungs hier werden ein bisschen länger blieben bleiben hier sieht man es schön der steht nächste runde wieder auf und er auch ja super kassemmel und wir haben ihm da was zertrümmert das bringt unserem spieler zwei star spieler punkte in der regel ich weiß nicht ob das jetzt auch bei bei hier passiert ist was habe ich jetzt nicht so schnell gesehen nun sind wir am zug wir haben hier die kettensäge die könnten wir gegen den einsetzen wir könnten könnten auch der bleibt liegen ja erstmal bringen wir den jungen da da nicht dahin der kann eventuell den pass abfangen falls einer kommt dann haben wir hier ein blitz den werden wir auch nicht machen wenn wir jetzt können wir keine bombe werfen schade ich wollte gerne dahin werfen nun haben wir hier blitzt ist mit dem blitz werde ich versuchen mit deck die kettensäge zum einsatz zu bringen die hat gewürgt der bleibt zwei runden liegen wunderbar das war ja schon mal was ich den mal hier hoch bei dem ist immer glückssache der landete auf einmal da dann kann man nicht so wirklich bewegen dass mein eigenen spieler will ich nicht angreifen naja hat nichts gebracht dankeschön können wir den umbauen nein aber wir können uns dahinter daneben stellen so blöd das heißt viel habe ich ich habe die probe bestanden wenn er jetzt auch blöd bekommen hätte dann hätte ich mit ihm die ganze runde nichts anfangen können so ohne ende ich muss ehrlich sagen also die erste runde wo ich es aufgenommen habe hat mir ein bisschen besser gefallen was ich da und wie ich das wollen erklärt habe aber wenn man das ganze immer zwei oder dreimal machen muss dann flacht das hat ein bisschen ab ich hoffe es kommt trotzdem ganz gut rüber oder man versteht mich oder man versteht was ich meine oder was ich da erkläre ich eigentlich dachte ich immer oder denke ich immer ich bin nicht so der große erklärer und ich habe jetzt wieder mal stelle ich gerade fest von dem ziel zwei goblins zu werfen mein kettensägen typisch verletzt keine langfristige auswirkungen nehmen wir keinen sanitäter das ist also nicht so wild ich muss doch nur zwei goblins werfen das kann doch nicht so schwer und das muss ja auch erstmal funktionieren ja oder muss ich mir schon eigentlich jede runde sollte ich das versuchen ein goblins zu werfen da habe ich drei würfe gegen uns das machen wir nicht da zwei machen wir auch nicht also aufstehen 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 so jener kommst du hier dass er da schon mal nicht so einfach durch latscht kann ich jetzt hier die bombe ja kann ich die werfe ich nämlich jetzt nicht auf uns auf ihn kann ich die auch gleich noch werden wenn ich jetzt hier hingegen bin kann ich nicht mehr werfen scheiße stelle ich den mann trotzdem mal hierhin da haben wir den nächsten liest du doch um liest du und du steh auf kommen hierhin der licht auch noch dann kann ich nur hierhin holen so jetzt werde ich den hierhin stellen dann werde ich versuchen erstmal aus denen aufstehen so blöd scheiß drauf so bleibt liegen jetzt kann ich den werfen das ziel wird hier sein nimmst du ihn würfst du ihn so jetzt haben wir schon einmal geworfen um das spiel erfolgreich zu beenden müssen wir das nur noch ein zweites mal schaffen und schon ist das gut ja was ist das denn hier für eine scheiße ne runden ende dankeschön es wird immer mehr kaffee kalt hier aber das war jetzt vielleicht gar nicht so gut könnte mich wenn ich aufstehe heißt es hier rausschmeißen was natürlich nicht so bauschen ist gehen wir da hin oh k.o. so ein scheiß das heißt Touchdown super ja hier haben wir nochmal die Wiederholung Kavams da haben wir die Cheerleader die menschlichen man erkennt sie doch als dieses hier kann man jetzt bestichen diese Bestechungswürfel müsste man sich dann auch vor dem Spiel kaufen und da das hier schon erledigt wurde dass sie gekauft wurden warum sollen wir sie dann nicht nutzen gut das können wir wieder wegdrücken denke ich jetzt sollen wir unsere Spieler wieder platzieren wir lassen das so diesmal empfangen wir den Ball der Tumult der Schiedsritter hält die Uhr an ja das sind halt immer so Zwischenereignisse die auch passieren können die da ausgewürfelt werden und äh da kann man ja nichts dran ändern ob die jetzt und da hebt er den Ball nicht auf so brauchen wir einen Wiederholungswurf jetzt weiß ich nicht jetzt müsste ich mit dem quasi gesehen sozusagen einfach mal hier hingehen den Ball werfe ich jetzt dahin nicht gefangen ja super Turnover die Zeit wird knapp die Zeit wird knapp Baby wie der hebt den Ball ohne Probleme auf obwohl er auch nur drei Geschick hat aber er hat fangen zum Beispiel hier haben wir den Gegner getackled das heißt wir haben den Ball wieder wenn einer hinfällt ist die Runde dann für den zu Ende wir werden jetzt versuchen einfach mal unseren unser Matchziel hier zu 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 äh kann ich den da drauf schmeißen ja gut hat das jetzt geklappt? nein hat es nicht und ich kann nur einmal pro Runde werfen das heißt jetzt kann ich den nicht mehr werfen jetzt sagt ja die Zeit wird knapp aber wir können den hier umhauen nein können wir nicht wir können ihn nur schieben soll er nachrücken? nein jetzt können wir den nach oben hauen den Ballführer hier da fällt auch hin wunderbar der kann nachrücken der hat den Ball gefangen perfekt das heißt wir schicken den jetzt hier nach oben laufen fleißig hinterher vielleicht schaffen wir doch noch ein Touchdown aber wo hat er den jetzt hingeschmissen wenn er den nicht geworfen hat? ist er rausgeflogen? habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt? um den so ein bisschen abzusichern stelle ich den hier hin ich habe doch immer noch den den ich werfen kann ne? ne habe ich nicht aber der hier oder? lebensmüde ja das heißt ich stelle den jetzt schon mal hier hin und den stelle ich da hin du? ne du ich nicht den stelle ich hier hin und der den möchte ich ganz gerne mal werfen lassen aber 6 zu würfeln ist natürlich so eine Sache wenn der dann wenn dieses hier explodiert wäre es auch scheiße also den stellen wir jetzt mal einfach mitten rein und hoffen dass wir in der nächsten Runde dann eben so ein Bömmchen da schmeißen können das fängt dann halt der entsprechende und dann explodiert es er hat aber glaube ich noch die 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 Chance quasi das Ding nochmal weiter weg nochmal wegzuwerfen das heißt wenn er es wegwerfen würde würde er es natürlich wieder zu einem von unseren Spielern werfen wo dann die Bombe explodiert und wir möglicherweise einen Ausfall haben hier sind die Cheerleader kann ja hier auch ein bisschen an so kann ich mal hier zeigen das sind unsere Cheerleader äh ganz schön ja und hier sind die Menschen da hinten können wir auch mal hinfahren so man kann die Kamera leider nicht drehen oder? nö nun ja so jetzt sind wir wieder dran so jetzt könnte ich ja mal theoretisch ne könnte ich doch nicht so richtig hätte ich jetzt gerne mal gezeigt wie man den hier rausschmeißt was dann passiert äh zu gefährlich äh 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 ich stelle den mal rein haue den mal um oder auch nicht schiebe ihn weg rücke nicht nach dann habe ich nur einen Würfel warum jetzt werde ich den nochmal werfen damit wir halt hier vorwärts kommen mit unserem Ziel hoffentlich klappt's ja ja nein ja doch gut das Zielspiel ist erfüllt wenn wir das Spiel jetzt wenn wir dieses nicht erfüllt hätten äh hätten wir das Problem das probe ich jetzt auch mal aus vermasselter Pass bam das Ding explodiert hier in seiner Hand scheiße Töner was wollte ich jetzt sagen ähh was wollte ich jetzt sagen ähm ja scheiße vergessen achso Spiel ziel erfüllt Haha wenn wir's nicht erfüllt hätten dann müsste ich dieses Spiel wiederholen da kommt die Blitzaktion auf ihn Nur geschoben, das ist gut Deckel durchbrechen hat diese alte Dicke Vieh Sehr gut, sehr gut Gut, das ist jetzt eigentlich uninteressant Für mich hier gerade, ob der da jetzt was schafft Oder nicht Oder wie hoch wir verlieren, ist alles Furzegal Würde ich ja sagen, fast Nein Vielleicht stelle ich den mal hier hin Gehen wir dem da drauf, habe ich nur zwei Oh Scheiße Auch nur zwei Gar keinen meine ich Tolle Wurst Habe ich wieder verbockt Dann stelle ich den mal da hin Der könnte passen Blitzen könnte ich Dem Ich will aber den blitzen Gut Nachrücken, ja bitte Sehr schön Sehr quetschende Fällt da der Lichter sich da auch noch hin Ey, ich fass es nicht Guck mal rüber hier Irgendwie, wenn es möglich ist Ja, super Ganz toll Mau ihn mal rum Das ist so blöd Der hat kein Dings Gut, dann stelle ich ihn da hin Und habe so mit zwei Würfel Kann ich ihn wegschubsen Ja So, wenn er den jetzt nicht da wegholt Nächste Runde Also wenn er jetzt dran ist Die Bombe habe ich nur einmal Dann Könnten wir ihn rausschubsen Und ich bin da Und ich bin da Und ich bin da